Und noch ein Verlierer bei Hertha, Gabor Kiray, erst ganz im Team mit Heinemann und dann das. Das galt nicht jemandem, sagte er später, und dass es dafür Gelb und Elfmeter gab, sah er auch nicht ein. Wolf Kirsten scheiterte an Kirays Wut, aber das 4 zu 0 kam doch noch.